Hungrigen Hugo, Leute. Bestes Video 2020. Ich bin gespannt. Let's go. Auf geht's. Die beiden steuern die Drohnen. Lasst euch nicht irritieren, Jungs. Digga, what the fuck? Moin. Servus. Ja, ja, geil. Nur passen. Dankeschön. Herzlich willkommen zum Internetereignis des Jahres. Die neue Datingshow 2002. Ich war schon wieder gemutet, Digga, what the fuck? Diese vier Singles sind auf der Suche nach einer Traumfrau. Doch nur einer kann die bezaubernden Claudia Gagan für sich erobern. Großen Applaus für Claudia Gagan! Einfach eine komplette Datingshow. Geil. Geil. Oh, Digga. Da ist er wieder. Oh, ja, Mann. Ey, Leute. Digga, dieser Clip montet einmal im Urlaub direkt so was. Was ist los? Ich habe eine Freundin und ich werde hier nicht mitmachen. Ich zieh ab. Ciao. Bleib hier. Da ist doch niemand. Keine, Digga. Baba Bui. Sascha, bleib hier. Hörst du das nicht? Digga, wie aufwendig das schon wieder ist. Oh mein Gott. Wie aufwendig. Mit wem spricht denn Claudia da vorne? Claudia! Fangirl Moment. Könnt kotzen. Ich könnte nur noch kotzen. Es reicht jetzt dann auch. Digga, dieser Gurkensohn-Song dazu. Er hätte jetzt auch selber nicht gedacht, dass er so spät ist, was geht. Mach's dir einmal. Was ist denn da los? Was ist denn da los, Alter? Du bist ein Naturtalent. Platon, danke für deinen Euro. Okay, gleich drauf ein. Claudia! Kili, danke für den Gifted. Mach das nicht! Ja! Du Dreckstau! Ja, schau, du blöde. Die End kommt der Schlachter! Fang! Imagine einfach, Shrek klaut dir deine Frau. Da kannst du nichts machen, Digga. Der Boy ist zu sexy. Fang! Ja! Fritz Meinecke. Digga, du hast Shrek überfahren. Ja. Jetzt ist deine Chance, Bruder. Claudia irgendwie zu erobern. Einmal ran, Joll. Sing hier doch was vor auf der Bühne. Alge oder so. Glaub mir, Frauen lieben sowas. Das mach ich. Meine Damen und Herren. Claudia! Jetzt kommt es zum musikalischen Hauptact. Hier kommt. Alge. Komm. Manni Mark. Deutsch Imposter. Er zockt einfach. Er zockt. Scheiße. Komm Poster. Tag. Krone auf den Kopf. Und die Maus in der Hand. Können wir Non-Stop-Coms. Wir kommen dann nicht. Gott. Alles regiert hier das Land. Alle wissen doch. Alle wissen King. Was ist denn los? Ey, Jens, es nervt. Hör bitte einfach auf zu singen, Mann. Der soll endlich aufhören. Es dauert zu lange. Wir wollen ja auch niemanden zwingen, das hier sich reinzuziehen. Ja, ist so. Ey, Jens, es ist mir auch einfach zu laut. Hör einfach bitte auf. Du bist viel zu laut, Digga. Du bist einfach viel zu laut. Bin ich zu laut? Bist du zu schwarz? Bin ich zu laut? Bist du zu schwarz? Digga. Bin ich zu laut? Bist du zu schwarz? Sie hat mir so umgesichtet. Wir bleiben drin. Halbier! Nein! Vorsicht! Oh nein! Oh nein! Ihr will mich verarschen, Mann! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Komm her, du bist mal! Junge, hungriger Hugo. Hungriger Hugo! Der hat das ganze Jahr in diesem Video geschnitten. Ah! Bin ich zu laut? Dann bist du zu schwarz? Kein Verbot an der Stelle zum siebten Mal am Aufstehen? Alter, er macht mich gerade überaggressiv. Du landschja invisible ab. Wir gehen rein! Ahaha! Aaaaaaahhhh! Ahahaha! 소mer office Hast du doch kein Zauber? Dasríg �uku heißt? Wir gehen aus der Stadt. Es ist der König-Tammer. Dicker, Dicker. Diese Fußbälle. Ah, chillig. Ja, Mann. Alge, 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 Scheißflosse, Dreckflosse. Ah, 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 ah. Oh, Baby, es ist krass. Alge, 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 Scheißflosse, Dreckflosse. Alge, 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 Alge. Oh, Baby, es ist krass. Bin ich zu laut? Nicht schon wieder der Arme. Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Bist du zu schwach? Wir bleiben drin! Der erste Griff zu Zigaretten. Ah, so wie Papa Platte, der ist auch Kettenraucher. ... findet im Schnitt zwischen 12 und 17 Jahren statt. Das ist der 16-jährige Sascha. Gerade nimmt der Lauch Alkohol zu. Er ist süchtig. Der größte Anreiz, dazu zu gehören, erwachsen wirken, verbotene Früchte probieren. Genauso wie der Sascha rauchen etwa 12% aller Jugendlichen. Selbst diese zwei. Es bewegt sich Richtung Angelcamp. Der einzig wahre. So ein geiler, asozialer Auftritt wieder von Monte. Der Mann, der Get in the Level groß gemacht hat. Die Nummer 1 bei Fortnite. Memo mit 5 Ohr. Memo. White Memo, Digga. Wir gehen später. Memo, willst du mit dem Boot raus? Nee. Musst du aber, du Kek! In der Trasse will ich nicht gehen, weil ich hab immer Angst, weil ich hab zu viel Flussmonster geguckt. In den Tiefen des Meeres lauern wundersame Wiesen. Ich wusste es. Ich wusste es. Beispiel Kuhmann, der Krieger. Er kann bis zu zweieinhalb Meter groß werden. Seine Opfer fühlen sich im Seegras sicher. Wir machen alle gerade Pipi gemeinsam. Knossi, zieh dich jetzt an. Das gibt's doch gar nicht. Alter, wie der die Pisse da rein getrackt hat. Wie geil. Ey, Unge. Ab zum Loot. ...aktiviert, also wenn ihr Bock habt, klickt auf diesen Button, um mich zu supporten. Kuss, geht raus. Digga, also hungriger Hugo wirklich... ...komplett... ...komplett... ...wild.